Hey Leute und damit Willkommen zu einer kleinen Runde Quick Survival Games Mit dabei ist hier der Eleganele und wir spielen Oh Gott, habe ich schon wieder Quick Survival Games gesagt? Ich wollte sagen, wir spielen eine Runde Sky Wars Ich baue mich mal am besten zu einer Person rüber Ist doch egal, wenn die Team zerfetzt sie sowieso Also ich bin dann gleich rüber und 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 Digga, ich habe eine ganz tolle Aktion heute am Start und Warum brennt der Schei? Oh mein Gott! Wo ist der? Wo ist der? Oh mein Gott! Oh oh! Fuck! So gewinnt man einen Kampf aber easy Digga, ich sag's doch, ich bin der beste PvPer in der Hood und Oh mein Gott! Scheiße! Nein! Nein! Fuck! Dieser Judensohn! Ich habe den noch getötet! Alter, der ist gestorben! What the fuck? Nice, Alter! Und da sind wir auch schon wieder Wir zocken gerade hier auf der Map Pines und... Alter, jemand ist über mir? Verpiss dich! Nein! Nein, ich will jetzt nicht sterben! Warte, ich habe einen tollen Plan! Scheiße! Ich habe den einfach mit der Faust runtergeboxt! Was ist da los? Ähm, hier ist das Feuerzeug und jetzt habe ich auch noch den Tee am Start Hey, du hast mir irgendwas von der TNT-Kanone erzählt Wie funktioniert sowas? Und was passiert dann, wenn ich das jetzt mache? Da musst du, da musst du, bevor das, äh, bevor das, halt wenn das dick wird, musst du dann richtig schnell dahin gehen Aber dann, ähm, halt instinktig reinspringen Und dann fliegst du weit weg Und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, in die Mitte zu kommen Nein! Fuck! Scheiße! Also diesmal zocken wir zusammen Und... Ja, wie ihr es vorhin gesehen habt Ich habe es nicht so gut hinbekommen mit der TNT-Kanone Deswegen versuche ich es erst recht nicht Obwohl es ist schon verlockend, muss ich sagen Alter, ist so geil einfach Nein! Scheiße! Was? Guck mal, was ich jetzt mache Ich habe eine, ähm, Perle Und? Erschaffst du nicht Safe Gold Nein! Fuck! Scheiße!